Hallo, ich heiße Stefan und heute möchte ich mit Ihnen in die thailändische Küche gehen. Wir kochen eine Tomkakai-Suppe und eine Thai-Curry-Sauce. Viel Spaß beim Zuschauen. Für unsere Tomkakai-Suppe brauchen wir Zitronegras, Kefirblätter, Kili, Zuckerschoten, Ingwer. Gigant ist so der thailändische Knoblauch, sage ich mal. Dann brauchen wir Limetten, Champignons, Cherrytomaten, frischer Koriander, Minze, Kokosnussmilch und Hühnerbrühe. Beim Zitronegras gehen wir her, dünne so anklopfen. 2 Pilze, 2 Cherrytomaten für die Süße. Beim Chili kommt es auf die Schärfe darauf an, wie Sie es gerne haben. Also ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal eine halbe. Dann brauchen wir vier Kefirblätter. Dann brauchen wir Korianderstänge. Dann nehmen wir unseren Ingwer, schäle den gerade so ab. Schneide den auch in Scheiben. Dann nehmen wir unseren Gigant, schäle den auch ab. Schneide den auch in Scheiben. Jetzt gehen wir her, nehmen wir in den Topf, einen halben Liter von unserer Hühnerbrühe, einen halben Liter von unserer Kokosnussmilch. Jetzt tun wir die Kokosnussmilch mit der Hühnerbrühe aufkochen. Unser Fond kocht jetzt, nehmen wir sie runter von der Hitze. Geben unsere geschnittenen Zutaten dazu. Und jetzt ist wichtig, einfach 10 Minuten ziehen lassen. Wie so ein Tee. Als Einlage für unsere Tomkakai-Suppe habe ich jetzt hier kleine Black Tiger-Krevetten vorbereitet. Die tun wir jetzt ganz kurz in Öl anbraten und dient nachher dazu als Einlage für unsere Suppe. Sie können das jetzt aber auch mit einem Hähnchenbrustfilet machen, mit Rindfleisch. Wirklich so nicht mit Wild, also das, oder nur ein Fisch. Es bleibt ihnen überlassen. Wir nehmen jetzt einfach mal Black Tiger. Schalten. Wenig Pfeffern. Wenn das Öl heiß ist, nehmen wir unsere verwenden und braten sie gerade so ganz leicht und glasig anbraten. So, das reicht schon. Jetzt tun wir sie uns warm stellen. So, jetzt tun wir den Rest Chili zu unserer Suppe geben. Für unsere Einlage gehen wir her, nehmen Korianderblätter und Minzeblätter. Dann schneiden wir ihn in ganz feine Streifen. Dann nehmen wir unser Ingwer. Schneiden den auch in feine Streifen. So, jetzt holen wir die Limette, die tun wir kurz anrollen. Dann lässt sich der Saft besser rausdrücken. Jetzt tun wir Saft dazu, zu unserer Tom Kakae-Suppe. Etwas Salz. Jetzt probieren wir sie nochmal. Hm, ja. Die Aromen kommen richtig raus. Jetzt gehen wir her, nehmen wir unsere Suppe und tun sie einfach durchs Sieb laufen lassen. So, was machen wir jetzt mit dem Rest? Ich behalte mir das auf und mache davon nachher eine Curry-Soße. Jetzt gehen wir her für unsere Suppe-Einlage. Nehmen wir die Zuckerschoten, tun die in feine Streifen schneiden. Nehmen wir mal von unseren Shiitake-Pilzen welche. Tun die so vierteln. Zwei Sherry-Tomaten dazu rein. So, jetzt nehmen wir unsere Einlage, geben sie in die Suppe. Jetzt tun wir sie noch einmal aufkochen lassen. Ich probiere es jetzt nochmal. Hm. Passt. Meine Crevetten waren nochmal zwei Minuten im Ofen, dass die auch warm sind. Das nehmen wir mal von unserer heißen Suppe. Von unserem fein geschnittenen Ingwer. Von unserem Minze-Koriander-Streifen drüber. Und wer jetzt möchte, könnte noch Chili-Öl nehmen. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben hier angerichtet, unsere Tom-Kakai-Suppe mit Black-Tiger-Krevetten. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuschauen. Bis bald, euer Stefan. Bis bald, euer Stefan. Dann played noch einmal bei mir noch. Dann hat mich mal ein bisschen festgelegt. Wir sind noch einmal bei mir dort,öer Stefan. Many losers verdürdig sind. Bis bald, ich sage uns mal drüber. оре、 Aussee-Koran. Vielen Dank.